Das erste Mal in diesem Jahr fahren wir die Strecke ab für das Unterbacher Seeschwimmen. Wieso ist es wichtig, die Strecke abzufahren? Ja, wir müssen uns natürlich einmal die Gegebenheiten hier anschauen, wie die Wasserpflanzenlage ist, wie die Wasserqualität ist und von dem allem wollen wir uns natürlich dann hier überzeugen. Dieses Jahr speziell Jubiläum. Wir sind seit fünf Jahren hier und veranstalten das Unterbacher Seeschwimmen. Ja, erstmal ist es kein klassischer Schwimmwettkampf, sondern es ist ein Jedermann-Jedermann-Freiwasserschwimmen, wo wirklich jeder mitschwimmen kann und das ist die einzige Gelegenheit, im Unterbacher See offen im See zu schwimmen, also außerhalb von den üblichen Badezonen. So, die Strecke, die passt schon mal, aber das Wichtigste ist natürlich jetzt noch der Praxistest. Deine Strecke